6 Mark 7 Mark Und den Rest aufs Parken, das ist für die Arbeit Ist das nix? Ok, biedersehen! Ja, Hannal, komm doch mal her! Äh... Scheiße, der Pullover soll einen langen Ärmel haben Und zwar so lang Gell? Und dann braucht man so einen Ausschnitt War so ein Bälle, ey! Der hat halt so einen großen Kopf Und wenn du den Pullover heute noch bringst Dann kriegst du extra noch einen Schöpfer Bitte! Biedersehen, ihr Eder! Biedersehen, Hannal! Ich kann jetzt nicht mehr mit euch spielen Ich hab was Wichtigeres Das ist mein gewöbel Ziel Das hab ich ja schon seit Jahren So, jetzt ist dein Schluss mit der Früh erreicht Weil die Halleluja, die machte heikel und verloben Ja, du hast ja gut reden, du! Es ist halt ein bisschen was Ich mag aber nichts Grünes Dann ist das...